Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown! It's Rumble Time again! So, ja, Gilde 2 kämpft gegen die Spice Reasons. Was heißt kämpft? Also, ja, die Spice Reasons sind scheinbar nicht wirklich ein großes Problem für unsere zweite Gilde. So, jetzt mal schauen. Was mache ich jetzt aus dieser blöden Situation hier? Ich fange jetzt erstmal an hier mit dem S&M, Peter. Das würde der nicht überleben. So überlebt der gar nichts. Alter, what the fuck? Gleich das erste. Beziehungsweise, vorhin habe ich noch ein Match gemacht. Da gab es noch Probleme bei der Aufnahme. Was? Ich verliere ein Match hier. Wahrscheinlich auf den einzigen Starken jetzt hier getroffen, den es in dieser ganzen Gilde da gibt. Kann das sein? Naja, jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier noch Punkte rausholen. So, was hätten wir denn jetzt hier zur Auswahl? Natürlich nur Luis. Scheinprozess Luis. Noch ein bisschen gepusht von der Seite. Noch ein bisschen gepusht von der Seite. Noch mehr gepusht von der Seite. Immer schön nach vorne punchen. So. Sechs Matches noch. Gegen den Herbinator. 33. Stuffing Academy. Biegeschuleabschluss. Oh. Reicht nicht. Okay. Aber jetzt reicht's. Den Herbinator. 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 So. TyroCat. Immer eine gute Wahl. Cigarette Addicts. Cigarette Addicts. Sensationell starke Kombo. Im Anfang habe ich schon gedacht, okay, es könnte vielleicht bei diesem Mensch ein bisschen kritisch werden. Aber. Ah, ha, ha. Guck mal hier. Aaaaah. Machst du hier keine Scheiße jetzt? Nein, 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 nein. Oh nein. Was soll ich machen? Scheiße. Ich wollte sagen, das Ding ist durch. Was ist denn da gerade los? Hey, jetzt verlierst du das zweite Match gegen Mac Dugan. Ist ja echt unfassbar. Philip J. Fry. Fry im Roboter-Kostüm. Mandy T. Acht. Von den Spice Weasels besiegt. Zwei Matches in Orven. Nein. Scheiße, wenn die Automatik drin ist, ne? Ach komm, das passt schon. Das passt, jetzt passt es auf jeden Fall. Cool, 12 mit 89 Punkten besiegt. So, jetzt haben wir noch ein Match offen. gegen Bräcki T. Peter. Ich komm durch deine Mauer durch. So, Bräcki T. That's it, baby. 89. Das war jetzt keine starke Runde, muss ich sagen. Ist nicht so gut gelaufen, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Oder wie ich es eigentlich erwartet habe. Na, schauen wir mal hier rein jetzt. Ah, okay, da oben sieht man es schon. Mac Dugan. Black Horse, Platz 4. Mac Dugan, Platz 2. Der Herbinator. Den fand ich jetzt gar nicht so stark. Okay. 33 von denen haben wir gekämpft. Was? 33 haben wir gekämpft? Die haben gerade mal 19.000 Punkte geholt. Ernsthaft? Oh my God. Ja, und bei uns, Alter. Sweezy und Gabriel D. Jeweils mit einer glatten 1000. Tim May, 986. Andrelo, 985. Zardos, 980. Mark Foul, 990. Marunga, 961. Sima, 950. Albertus, 954. James, 935. Lord Universe, 927. Illillill. 921. Player, 903. X-Trike, 889. Scotty Pimp, 806. Tristan, 807. Joseph, 807. Stewie, 804. Benita, 873. Outlaw, Deek, 804. Sechmovie, 851. Oli Zett, 850. Fanzinho, 844. Raffi, Treffi, 855. Ich möchte gar nicht wissen, wo ich stehe. Slimchi, 809. Beres, Chalin, 798. Knuckster, 796. Suarez, 7300. Mark Oliver, 500. 788. Georgios, 777. Quackenmüller. Smug & Fresh. Rock Lee. Dann kommt nicht erst. Okay. Dale. Panocha. Max Max. Pischloch's Strawberry. Fred, der P. B, 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 808. I, 3, 5. Und Tim Friedi. So, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen da oben. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Schreibt es mal. Wenn es wieder heißt. Animations Roller. Mit mir im E-Mail. Schau rein. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.